Hallöchen und zurück bei unserer Viehfarm. Schauen wir, haben wir irgendetwas, was wir verkaufen können? Ah, ah, ah. Wo? Den tun wir mal weg. Brauchen wir nicht. So, das andere. Hauen wir mal da unten rein. Dann haben wir da. So, übertragen. Den tun wir unten rein. Den tun wir weg. Den tun wir natürlich auch weg. Da tun wir drei weg. Den haben wir unten rein. Den Schmetterling los mal einstweilen. Den kann ich auch anpflanzen. Den kann man unten rein tun. Da habe ich eine Biene. Da haben wir acht. Den tun wir gleich mal weg. So, schauen wir mal. Was kann man da drinnen tun? Was ist das da? Das ist ein Honig. Da haben wir auch einiges an Getränken. Dann haben wir da. Machen wir mal eins. Okay, haben wir nichts mehr. Ah, 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 ah. So, da machen wir ein Holz. Was machen wir da drinnen? Wir haben wir eigentlich eh genug. So, jetzt können wir da mal gießen. Ah, da hätten wir ein bisschen weiter umsetzen können. Okay, da. Da haben wir Orange. Ah, nix wegtüren. Den können wir alle wegtüren. So, da tun wir dann alle weg. Den gießen ich gar nicht mehr. So, da tun wir dann alle weg. Den gießen ich gar nicht mehr. So, und mich da weiter. Okay, da. Gießen. So, dann haben wir da. Kann ich da nichts aufvertüren. Ah, okay. Das Wasser ist alle. Geh weiter. So, da her. So, jetzt schau. Ich hab ja da drinnen... Ah, 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 ah. Na, bald weg. Ah, die losma. Die teilen wir weg. Die teilen wir weg. So, die muss ich noch unten rein tun. Oh, immer eine, zwei. Da könnten wir ja auch alle verkaufen. Ach so, ich wollte eigentlich... Wie ist da, da, gell? Verwandlungsdünger. Okay, da machen wir welche raus. Und schauen wir, ob wir da... Verwandlungsdünger. Schauen wir mal, was wir da dann raus kriegen. So. So, geht nicht. Da haben wir sonst nichts. Okay. So, dann schauen wir mal rein zu den Tieren. Da brauchen wir ein besseres Werkzeug. So, da. Waldlichter. So. Dann haben wir da. So. Okay. Das heißt, euch geht's eh alle gut. So, was muss ich da machen? Ah, die Reise zur anderen Seite. Ah, Edelsteinpolierer. Waldlichterpolier, Zitrin, Aquamerin. Also da brauchen wir die Sachen. Den habe ich aber nicht, gell? Das ist da. So, was haben wir da jetzt? Ah, 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 ah. Schauen wir mal. Aquamerin. Ah, wo ist dann der andere? So, Zitrin. Haben wir nicht noch einen gehabt? Schaut jetzt aus, oder? Das heißt, ich muss in die Höhle auch. Wo haben wir zwei? Ah, die Eier können wir gleich mal machen. Was soll ich da jetzt verwerfen? Ah, die können wir pflanzen. Die brauchen wir. Ah, was ist das da? Gravierte Kupfersiegel. Also nicht, ob wir den irgendwo brauchen. Dann hauen wir mal unten eine. Was ist das da? Ah, das ist einer. Zitrinsiegel. Puh, keine Ahnung, ob wir die brauchen. Übertragen. Ah, gar nichts. Jetzt hol ich mir da raus. Zeigst du mir das an? Ah. So. Oh, ne. Okay. Dierpflege. Dierchenrohstoffe. Okay, das bringt mir nichts. Verfeinerte Waren. Oh, sonst keine. Das heißt, ich muss wirklich in die Höhle. So. Oh, sonst keine. So. So. Hätten wir mal da. Da haben wir zwei. Da haben wir Ahn. Da haben wir zwei. Und da. Da haben wir eine Ahn. Da haben wir eine Ahn. Okay. Muss mir das einst werden, so? Ähm. Dies macht auch nicht schlecht, wenn wir es gießen würden, oder? Okay. So. Ich hätte jetzt aber gerne oben einmal ein paar Tiere. Ah. Wuchs das immer wieder nach, oder? So. Jetzt haben wir da. Da haben wir keinen Honig. Ich hab leider nur die eine. Oh. Jetzt schauen wir da oben um mich. Ah. Ah. Was ist das da für ein Fisch? Ah. 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 Da kommen wir auch. Da. Kommst du her? So. Eine Regenbogenforelle. Super. Amadea. Ah. Mehr wie eine brauche eigentlich eh nicht, oder? Oh. 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 Wieso ist der jetzt weg? Verstehe ich nicht. So, wo gehört da eine? Ein Topersiegel. Okay. Haben wir da einen Wald, oder? Also, da bin ich wieder daheim. Oder sehe ich das falsch? Mhm. So, wie komme ich zu den Tieren? Da sind wir kaum ein Tier mit heimnehmen. Ah. Da oben. So, was ist da unten? Schauen wir mal zu dem Meerglied oben. Schauen wir mal oben. Das ist nämlich die Frau Böhr. Also, Bürgermeisterin. So, was ist mit dir? Norden, Ackerland, Süden, Markt und Dox. Hallo. Ich kann mir nur mit dreckigen Klamotten durch die Gegend rennen. Stört dich das nicht? Geschenk geben, poliert der Amethyst. Okay. Wo bin ich dreckig? So, da ist jetzt irgendwo die Frau Böhr. Bergermeisterin. Das heißt, da herinnern. So. Da drüben. So, was braucht sie? Ah, hallo. Azorea kann sich glücklich schätzen, dass du da bist. Aufgabe. Wie geht's? Ah, Freundaufgabe. Ich will bald eine große Fischmaus ausrichten. Hatte, aber noch keine Zeit zum Angeln. Kannst du mir dabei helfen? Sardine. Okay, Ahne. Da kriege ich die unten. So, was haben wir da noch? Azorea kann sich glücklich schätzen, dass du da bist. Aufgabe. Und zwar Nebenaufgabe. Oh gut, ich habe gerade nach dir gesucht. Schön, dass du fragst. Ein paar Azorianer arbeiten an etwas, das dir sicher gefallen wird. Sie haben beschlossen, die alltäglichen Aufgaben etwas aufzubeppen. Ach komm, ich weiß, dass du die Aufgaben liebst. Sie haben für dich eine Reihe von Aufgaben zusammengestellt, die schrittweise schwieriger werden und deinen Geist und Körper herausfordern. Nicht auf eine beängstigende Art und Weise, wohlgemerkt. Du solltest zuerst mit Nessa sprechen. Sorge dafür, dass du eine robuste Ankelrute dabei hast und mach dich bereit, deine Ankelfähigkeiten unter Beweis zu stellen. Bist du bereit für eine Herausforderung, wie du sie noch nie erlebt hast? Sprich mit Nessa. Okay. Hau mal. Ich wusste, es geht zu Nessa und sie wird dir helfen, die Kunst des Ankels zu erlernen. Aha. Wieso das kümmer? Joé. Nebenaufgabe. Finde Nessa, sie wird dir sagen, was zu tun ist. Finde Nessa. Haben wir den Nebenaufgabe jetzt angenommen? Okay. Schauen wir mal. Ah. Schauen wir mal, wo sich dieses Liebe-Ding aufhält. Ja, außer dabei. Schauen wir mal, ja? Drogs. Aha, okay. Dann müssen wir zu ihr. Wo ist sie? Ah, eh da. Ah, da bist du ja. Da die Strudel verschwunden sind, sollten neue Vorsorge-Schiffe eintreffen. Ah, du kannst ja eine lösen. Nebenaufgabe. Was sind Jobs-Aufgaben? Ähm. Die Bürgermeisterin hat mir gesagt, dass du vorbeikommen würdest. Ich hoffe, du bist bereit für meinen läuflischen, genialen Ankel-Wettbewerb. Ja, und? Bevor du hier aufgetaucht bist, hatten wir schon lange kein neues Gesicht mehr in Azoria. Job-Aufgabe? Angeln. Fange zwei Flussfische. Aha. Job ist abgeschlossen. Job ist aktiv. So, da ist einmal eine Sardine. Das braucht man ja auch, oder? Na, komm. So, du. Oh, hau mir nicht eine. Die braucht die. Du, komm. Schau. Das ist ja eine Sardine, oder? Sicher. Brauche ich noch eine. Schau. Aber jetzt. Was ist so etwas? Wenn wir Angeln gelaufgewertet haben. Na, komm. Aber jetzt. Genau. Eine Sardine. So, jetzt schauen wir mal. Wen muss ich die Sardine bringen? Angeln. Fange zwei Flussfische. Dann haben wir da. Dann haben wir da. Okay. Da. Und da. Die Meerrit. Zeige Meerrit. Eine Sardine. Okay. Dann holen wir sie noch zwei. Flussfische. Hier. Dann machen wir das. Offen. Dann haben wir das. Mia, oder? So. Haben wir das. Na, du, komm. Oh. Okay. Okay, nur ein bisschen weiter zurück. Ah, was du hast. Gehen. So. Und. Dreh dich. Radium. Und. Da ist er. Genau. So, jetzt laufe ich da runter. Zurück runter. Und zack, ihr hat die Fische. So, sie schauen. Ah, wo ist sie gestanden? Die Nessa. Okay. Ah, da drüben. Der Rucksack ist voll. So, Hallöchen. Mir ist aufgefallen, dass die Wege wieder frei sind. Danke dafür. Äh, Jobaufgabe? Belohnung, Angeln. Abgeschlossen. Okay. Angeln haben wir mal abgeschlossen. So, was haben wir dafür gekriegt? So, jetzt, wie wir ihn sehen. Zu der Frau Bürgermeister. Die Werkstatt. Wo ist sie? Ah, er hat er unten wahrscheinlich, oder? Ah. Sie wird den Fisch sehen, oder? Jetzt, ich sage, ich soll er den Fisch zeigen. So, wie geht's? Könnte Azorier eine Königin oder einen König gehabt haben? Vielleicht. Die Marquis glaubt jedenfalls, dass er ein Adeliger ist. Aufgabe? Die Sardine. Und zwar D-D-D-D-O. Eben. Ah, wie geht's? Bereit zur Aufgabe. Ja, wie er gut gemacht. Fischwarn sind abgeschlossen. Wie wunderbar, du bist so aufmerksam. So, sonst haben wir... Oh, sonst eh nichts, oder? Nein, ich glaube nicht. So. Was hält man dann da unten noch? Bei die Dox. Ah, Jade. Nissa. So, wo ist die? Aber mit der habe ich ja vorher gerade geredet, oder? Ansprechen. Ah, hast du schon mit der Bürgermeisterin? Jobaufgabe. Ah, eigentlich aus dem Meer. Fange zwei Salzwasserfische. Das haben wir angeschlossen. Fange zwei... aus dem Meer. So. So. Schauen wir mal da. Oh, weiter um mich. Ah. Wo ist du denn da drinnen? Geh auf die Tor. So. So. Zwang gefahren. Zwei Fische aus dem Meer. So, komm. Weißt du nicht, dann. Aha, okay. Geht das da von da unten nicht normal schon, oder? Ah, da ist ja das Boot hinweg. Na, komm. Ach, wieder. So. Na, woher mal die Augen geht? So. Ah, jetzt holen. Umbra. Rell dich um. Lass mich reinziehen. Ja, gehst du her? Und? Ich. So, jetzt ist der Rucksack einer voll. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, was könnte man da verkaufen? Ah. Ah. Sind das wärmendes Getränk? Da haben wir eh. Oh. Kraftsaft. Da haben wir auch schon so viel daheim. Da haben wir ein paar Weg. Wir brauchen eh Kohle. Das können wir weg tun. Das brauchen wir nicht. E, zwar brauchen wir. Oh. Da haben wir auch ein Opfen. Okay. Das Essen. Wollen wir sie. So, jetzt schauen wir noch einmal. Ist der Fisch noch da? Jo. Ah. Oh, eine. Komm, hat keiner gesagt. Oh, Gott, komm, komm, zurück. Also, so. So, da wäre noch einer. So, da bin ich noch ein bisschen weit unten, gell. Weißt du, da haben? Weißt du, da haben? Vorher schreit, schlafen, gell. Ich meine, die Hüte sollte ja. Na, du, komm. Der schwimmt nur im Gras. Schau, na. Du, komm. Da, da haben wir weiter her. Weißt du, da. Aber jetzt, oder? Ja, wieder echt Zeit. Okay, Aufgabe bereit zur Abgabe. Voll erst wieder ins Wachseine. So, weil wir gleich automatisch gewaschen auch. Ah. So, wo ist die jetzt? Ah, Box. Ah. So, wo war Matipati aufgehoben, da? Ah. Oh, gut. Die Jade. Vanessa. Okay, und wo ist sie? Da unten? Na, da ist sie ja mal nicht. Ja, und wo ist der jetzt? Bloß sieben. Werdet? Keine Ahnung, wo ist denn da jetzt hinkommen. Darum ist die Hohle, da ist sie nicht dabei, zumindest schaut sie nicht so aus, der muss aber da dabei sein. Schaut nicht so aus. Okay, dann schauen wir dann in der nächsten Folge da runter. So, gehen die alle nicht schlafen? Also ich bin sowieso voll, oder? Nein. Und da. Ah, okay, okay, okay. So, der Fisch, das muss ich mir sowieso herinnen lassen, oder? Den können wir unten reintun. Den tun wir weg. Ah, den einen können wir auch wegtun. Jetzt erwarten wir halt zum Pflanzen, gell? Den können wir unten reintun, da haben wir Eier. Dann brauche ich da noch überall Zine. Das da ist Zitrin. Und das da ist Atopas. Und das da ist Aquamarin. Das heißt, mit dem, der da, könnten wir eigentlich, ja, einen machen, oder? Ah, da. Resigeln da. Können wir alle nicht machen. So. Dann haben wir da. Na, da, oder? So, wann mache ich das jetzt? Jo, jo. Da? Na. Da, oder? Komisch. So. Das heißt, den blauen Hammer. So, glaube ich, kennt man. Die brauchen nicht mehr wie arm. Also, die brauchen alle Zähne. Okay. So, dann sage ich mal danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Gute Nacht.